Untertitelung des ZDF, 2020 In einer Zeit voller Hass, glaubt sie an die Kraft grosser Ideale. Das war ein awful incident, okay, let's look ahead. Aber ihre Kollegen sind neurotisch, korrupt, eitel und verloben. Die Wahrheit hat viele Feinde. Und wenn du wirklich etwas erreichen willst, musst du das System ficken. Can't make your day, tomorrow I'm sick. Hahaha!